Ich spinne meine Kamera hier rum. Vorhin sagt sie noch, beleuchtet den Raum heller. Ja, genau. Also wenn ich nicht, ähm, das Licht an habe. Was ist das schon wieder? So, heute mal Überraschung, Community Maske. Ich muss Annika erfüllen, ich habe es aufgenommen. Aber wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne dem Video eine Bewertung geben. Mein Goldmäuschen vermisst mich schon. Was die Maske soll? Einfach Joke. Es hat doch letztes Mal, hatte Fatik gefragt nach der Maske. Und ich habe gedacht, ich ziehe sie heute mal an. Anlässlich nächstes Mal mit einer Perücke. Und mal schauen. Die Maske des Thoros ist da. Eure Gottesanbeterin. Aha! Nö. Die ehrenvollen Griechen sind wieder da. Hallo! Vielleicht sprichst du auch mal, wenn du so den Raum betrittst. Hoi, hoi. Moin. Goldmaus. Ich weiß nicht, ob der Griechen da schon an sich rumfummelt, aber... Solange er nur an sich selbst rumfummelt. Tutti soll ich lieber an dir rumfummeln. Siehst du, ich wusste doch, du musst einfach nur sowas in der Richtung sagen, dann agiert er auch. Hallo, Madame. Wer ist denn heute uns beigetreten? Keine Frau. Hallo! Du solltest die mitmachen, Mensch. Frau. Hallo. Ja, danke. Es gibt eine Vierwachsmission, ne? 70er. Schon gemacht. Ne, dass du die schon gemacht hast, war klar, aber ich noch nicht. Die auch noch nicht. Sehr gut, dann wissen wir ja, was wir gleich spielen, ne? Datei erfolgreich abgerufen. Aufhüllen! Die Daten sehen gut aus. Ja, ich hasse den Typ. Oh, meine 130er, die kann ja da richtig rumschnetzeln, ey. Die Sau, 130. Ja. Oha, die passierte Übelstung. Was ist denn da los bei mir? Ich komme. Du gehst sofort daumen, wenn das Leben im Monster dich ja wohl gerade sagen. Nein, alles blut. Aber ich muss gerade nachladen. Steht nicht mehr. Ist das doch ne Drohne. Meine Wände sind sehr stark. Ja. Alter. 130er, Schwert. Du bist da, die machst du alle verpflichtend. Wenn du auf einen Raum schießt, dann kommt die einfach an, okay? Ah, soll ganz gut sein, hab ich gehört. Aber dann die Deluxe, ne? Und dann später hole ich mir noch das Goldpack dazu. Oh, dann wirst du ja gar keine Relative Welt mehr spielen. Ja, dann kannst du mich einwohnen. Ja, auf jeden Fall. So, 70er. Evakuiere den. Ich weiß nicht, ist das groß oder klein? Klein. Ehrlich? Ich dachte, ich bin groß für 11 Jahre. Nein, du bist auch klein. Aha. Voll der Antimädchen. Jetzt. Ich mach sie nicht drauf. Ich bin auch so ein Standgebläse. Ich bin auch so ein Standgebläse. So klein bist du doch gar nicht, oder? Ich bin 1,56. Nein, ehrlich? Ha, du siehst größer aus auf den Bildern. Krass. Ich bin aber klein. Na, der Milcher hat die Größe hier mit 1,66. Nee, ich bin größer als die Rollen. Ja, ist ja wohl klar, dass du größer bist. Ich nehme mal wohl stark an. Der Grieche ist kleiner als ich. Bestimmt. Mit seinem Adoniskörper und seinen blonden Haaren. Ich kann ja auch im Kopf rotzen. Ich kann ja auch im Kopf rotzen. Rein in die Olga. Ihr habt mich vor meiner Königsposition untergestoßen. Hä? War das sicher nicht. Wat? Ich kann mich nicht allein lassen. Was war ich? Halt die Fresse. Was halt die Fresse? Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich habe das gesehen, was du gemacht hast. Ja, das hast du auch vorher gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Das war Gurke, macht das immer mit mir. Nicht auch nicht stehen. Ich habe gar nichts gemacht. Das war vorhin schon ich. Was soll ich denn hier auch machen, ey? Ich kann hier auch oben ein bisschen rumpimmeln. Lass mich doch. Ich habe überall Bremsspuren. Ja, natürlich. Ich mache hier für euch noch einen netten Strip, ne? Ich kann ja gleich Webcam machen. Hau ab da! Oh, ey. Nein! Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, ne? Oh, jetzt wird hier aber hart gedisst. Oh, was kommt denn von hier jetzt auf einmal? Interessant. Ja, das ist jetzt nicht mein Stück. Oh. Oh, es muss immer einmal am Abend Musikenkrieg herrschen, ne? Es kann nicht mal Ruhe herrschen. Ja, das ist so. Das ist so wie in der Gruppe, ey. Mimimimi. Okay, das Mimimi, ja, okay, das ist nicht jeder, aber... Mimimi darfst du erst ab Mittwoch sozusagen. Ab Mittwoch? Wieso Montag schon? Nee, Mittwoch ist der Mimimi-Tag. Ah, ja. Mittwoch? Mittwoch. Bergfest ist Mittwoch. Eigentlich Montag ist Mimimi-Tag, weil... Nö, das ist beim Streamer immer so. Guck mal, siehst du, ich sag... Oh, Alter. Fast hat alles demoliert. Kannst du andere fragen, wir machen das auch. Das ist der scheiß Epische. Ja, haben wir sogar eingeblüht. Nee, äh, guck mal, ich sag Mimimi und komischerweise wisst ihr, wer gerade in den Stream reinkommen ist? Passt auf die... Jetzt tun wir das. Brauch schon nix mehr sagen, Thuras, es tut mir leid. Oh, nicht der, ey. Wie nicht der? Ja, der will ja auch immer so 5000 Jahre rum, das ist gut. Du diskutierst mit jedem. Ja. Ich hab das Gefühl, ich hab Metall in der Fresse. Oh, Alter. Ach, endlich. Dann nimm das Metall aus der Fresse raus. Hab ich das schon. Ich hab immer noch das Gefühl, es ist immer noch im Gesicht. Yay, 100 V-Bucks. Und dann nochmal 35. Und dann nochmal einhöhlen. Eben, mal schmeißen sie mich raus. Ich denke wohl, das liegt wohl eher daran, weil du vorhin rausgegangen bist. Mhm. Da wirst du automatisch gekickt. Mhm. So. Wie wär's mal mit Überlebenden EP? Ha? Schon wieder? Nein, Viva, nein, Viva. Mhm, 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 mhm. Alter, was startet er? Sag mal, du bist ja auch noch ein bisschen. Nee, 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 der hat bestimmt ein paar, weil die Opsi der auch hat. Also das ist unfassbar. Der droppt ja immer alles, weil sein Rucksack voll ist. Letztens ein Car hat er hingedroppt. Squidl. Und ich bin dann schön reingelaufen. Soll ich dir mal was sagen? Nee. Get riddle. Trude allein schon. Komm mal hier. Der nennt mich immer Trude, ey. Nee, hau ab da. Du bist nur unfassbar. Lass mich dir was schauen. Nee, nee, nee. Über nicht. Deine Hosen kannst du noch anbehalten. Ich hab... Nein, doch nicht. Dann kriegst du drei Meter zurück. Aber was ich dir zeigen wollte, ist das so. Long, dong, silber. Meine Karne. Mann, Alter, das ist ein Brauch. Komm mal jetzt. Ja, echt. Ich sitze hier seit geschlagenen 11 Minuten 37 und laber nur Müll raus. Ich zeig's dir hier. Hey, Baby. Ich zeige es dir. Guck hier. Warte. Du weißt, ich renne da durch. Ich gebe. Alter, du bist so ein Penner, ey. Hau ab damit. Du brauchst gar nicht weiterzumachen. Ich hab keine glatte. Nein. Sakura, wollen Sie jetzt zum Supermarkt? Ah. Nee, danke. Ich tue es lieber einsammeln. Ich geh erst mal zu Penny, ey. Ah, nee. Zu Netto. Entschuldigung. Viel Blublau hab ich. Jetzt muss ich wieder mein Replay angucken. Ich muss mal die was selbst machen. Der ist durchgerattert durch. Könntest du mir jetzt meine Sachen zurückgeben? Ich hab gesagt, dass ich die Sachen habe. Ah, du musst ein bisschen battlen bei ihm, glaube ich. Er steht da drauf. Ach, ich will ihn bald battlen. Du mach'n so, wenn er dich in der Mission anstrengst, sie wiegt dir die Hälfte schon mal wieder. Nein. Er quillt gerne, Leute. Ich bin mitarbeiter bei Epic Games. Sie wird dich battlen. Ja, ja, ja. Super. Digga, hau' jetzt mal mal über den. Dann ist aber dein Zeug auch weg, nun mal so. Nein, ist es nicht. Weil ich hab nur das eingesammelt, was rumlacht. Ja, aber wenn ich ein Videoclip einsende, hat das Epic mittlerweile so rum. Du hast es ja nicht zum Trailer getroffen. Das ist ein normaler Mission. Dass man eine Rückerstattung bekommt. Leider nein. Ja, leider noch. Ja, boah. Ja, wie trottet. Du warst eine Vierer Mission. So. War klar. Nein. Moin, Bonsai. Ja, danke. Seht ihr auch so. Hey. Boah. Ah, Candy. Ja, das war wohl ein Satz. Ja, genau. So, und ich geh jetzt. Tschüss. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Aber dieses Kindertheater, auf sowas hab ich keinen nervt. Wo sind wir denn hier? Ja, wie ein altes Ehepaar. Und woran nichts, wie immer, wird's ja jetzt nicht sagen, ne? Guten Abend, die Damen. Guten Abend, der Herr. Wenigstens ein normaler Kerl, der reinkommt. Ich glaub, die sollten sich erstmal beruhigen, bevor sie da mal wieder mitspielen. Ich weiß, dass du zu gucken kannst. Schlimmer als im Kindergarten. Wir merken zwei Hunde Klappen, das ist sehr speziell. Ja, ja. Vielleicht macht das den Stream interessanter, das Gelaber. Und jetzt stänkern sie hier rum, oder was? Ja, unterhaltet mal ein bisschen, mein Chat. Disst euch beide. Habt ihr sehr viel von. Dann rede ich mit euch beiden bald gar nicht mehr. Ach so, die können wir ja wirklich machen. Viermal reiner Regentropfen. Jetzt in Ruhe zaubern. Ich spiel jetzt sowieso nur noch eine Mission, weil es sind schon ja gar nicht so spiel. Oh, ich muss mal wieder auf die andere Seite. Irgendwie ist hier zu viel los. Ich brauch Hilfe. Kondition ist niedrig. Kondition ist niedrig. Kondition ist niedrig. Ah ja. Wie viele Regentropfen gibt's hier überhaupt? Die müssen. Ähnlich mal eine Regentropfen-Mission. Und ich hab keine Zeit. Was los? Ja, nur noch gestern. Oh, hier liegen glatte. Nehme ich auch mal mit. Das werde ich jetzt jedes Mal sagen. Ich finde es ganz schön heftig. 30 Sekunden. Das ist schon nur zum einmal. Wenn wir Glück haben, kommen welche Schleudere noch. Oh, glatte. Ich bin nicht glatt, ich bin glatt. Der ist glatt. Ich bin schon mitbekommen. Oh, glatte. Ich bin nicht glatt. Oh, glatte. nicht mitnehmen nur zu viele nehmen wir uns ein ich muss sehen, das kriegen hier ah, geht doch die Mission wer will die tot? ich bin tot ich hätte mir jetzt eine Zermalma-Runde nochmal wieder gehabt, wie er schlägt, glaube ich nö, nö alter, ihr müsst echt einen Zinken-Krieg hier machen, ne? also, Gott sei Dank finde ich das ja recht lustig, weil sonst würde ich sagen, ihr habt keinen Respekt vor meinem Stream ne, wollte ich immer so gesagt haben ich liebe perfekte Busstart mhm, 168 Regentropfen schön, dort schmeckt kann ich gut gebrauchen was? ja, das war, die letzten Male war das aber auch so, da hatte ich mal 230 gekriegt und da mal 186, glaube ich Frechert, gib mir gefälligst noch ein paar Regentropfen ab, wenn du so viele gekriegt hast da wollen wir nur noch einmal spielen, einmal können wir noch spielen ich sehe jetzt schon, wir gehen Minimum mit einer Schelle raus hier ja, gerne ja, Nico, aber ähm ich spiele eigentlich nicht mit Leuten, das solltest du wissen also, ich spiele nicht mit Leuten, die irgendwie scammen oder so ich brauche Heilung was solltest du denn gucken? alles gut ey, das ist doch richtig bescheuert da oben ey ich werde überrannt naja oh Klappe ja naja ich bleibe jetzt mal ganz kurz um, weil die hier immer hochkommen hab ich die da hingeplaced, die Falle? die Dude? die Wand ist das Problem, keine Ahnung ne, die Falle generell ist auch das Problem, weil der von oben da runterkommt das war ein bisschen dämlich die da zu positionieren die Falle ja, wir sind wieder im Spiel wir sind wieder im Spiel oh hier liegen glatte auch nur Fässer, ne? Ich dachte, Schleuder wären so entspannt. Könnte schlimm sein. Ja, schlimmer geht's immer. Das ist wohl wahr. Aha, ich hab den Turm, das Brach zurückgeschlossen. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich hab in letzter Zeit schon wieder irgendwie komischerweise zu wenig Schrauben immer. Der andere steht auch nur rum, er ist aber auch freundlich. Ich bin ein Bär. Ich war ein Bär. Gute Arbeiten. So, dann bin ich mal rausfreudig. Ja, ich stehe auch ins Feld. Scheiße, ich will einfach draufstehen. Pech gehabt, 168, ne? Ja, jetzt auch nur noch. Und gleich Sakura, ah, ah. 168. Ah, ok. Aber besser als 0. So, Leute, danke fürs Zuschauen und für die Unterhaltung in diesem Stream heute. War sehr aufregend mit euch. Ciao, Leute. So, da ist sie wieder, die Jessi, auf der Gartenliege. Denkt doch doch einfach mal dran, ne? Also ihr habt ja gerade mein Video geschaut. Einfach mal abonnieren, nicht vergessen. Ganz wichtig und die Glocke aktivieren.